Halli Hallöchen und herzlich Willkommen zu einem neuen Let's Play, das Ganze nennt sich Assassin's Creed 3. Den Auffrischungskurs habe ich mittlerweile gemacht, um euch das zu ersparen. Nun sind wir kurz vor der ersten Mission und die beginnen wir jetzt. Nein! Ah, okay. Jetzt dachte ich schon. Glück gehabt, Glück gehabt. Gut. Wir laufen einen Flur entlang. Okay. Dauert wohl ne Zeit zum Laden. Sir, alles in Ordnung, Sir. Ja, doch. Ich war nur in Gedanken. Nur das. Und vergesst eure Einladung nicht. Master Birch wird euch gewinnen erwarten. Habt da. Wo darf ich euch abholen, wenn ihr fertig seid? Gleich vor dem Opernhaus. Und bitte behalt euch. Es wird sicher nicht lange dauern. Oha. Das könnte interessant werden. Aha. So sieht unser Charakter also aus. Und rein da. Einladung, bitte. Euren Mantel, bitte, Sir. So. Alter, das sieht schon so geil aus. Ah, jetzt müssen wir da entlang. Ah, oh, muss ich hier drücken. Alter, das sieht schon geil aus hier. Richtig geil. Ich kann euch gar nicht sagen, wie froh ich bin, von dieser Wiederaufflung zu hören. Mit Abstand. Gäß, beste Arbeit. Habt ihr es bereits gesehen? Gäß, beste Arbeit. Ja, mein Vater nahm ich als Kind mit. Doch ich erinnere mich, komm daran. Und ich fürchte, dass ich mir diesen Luxus auch weiter nicht gern werde. Nein, da habt ihr wohl recht. Oh, schon. So wie. Äh, hm. Er sitzt in einer der Luxen da oben. Oh, nein. Ihr werdet eine andere Richtung finden. Das habe ich schon. Den müssen wir wohl jetzt abschlachten. So, wir sollen jetzt hier hochgehen. Wird gemacht. Hier geht's weiter. Okay. Okay. Äh, lol. Äh, jetzt müssen wir hoch. So, nach oben wird gemacht. So, rechts rum. Wieder nach oben. Nee. So, aber jetzt nach oben. Sehr unerfällig, ja. Sehr unerfällig. Sehr unerfällig. Nee, nicht Schlossknocken, oder? Habt ihr's noch nie gemacht? Also, die Maus nach links oder rechts bewegen, um den richtigen Winkel zu finden und die Spannung zu halten. Ah, ich bin so gut. So, ich bin so gut. Äh, äh, lol. Habt's denn mal gedrückt, was da passiert? Sehr unerfällig. Ach, da unten sind ja noch welche. Die warten wohl auf ihren Auftritt. So. So. Der Jeremy. Jesus. Da müssen wir her. So, Chef. Lassen Sie uns mal miteinander reden. Äh, äh. Äh. Okay. Oh, Kind. Der pennt nur. Der pennt nur. Okay. Ich glaub, wir sollten uns jetzt fast beheilen. Oder fast. Ich glaub, wir sind in der Bühnezeit. Ich glaub, wir sind schnell. Ich glaub, wir sind schnell. Schnell. Nur, bitte. Na drüben. Der. Der Mann doch. Ergreift ihn. Der Mann doch. Ergreift ihn. Aber ich habe nichts getan. Ich störe. Alter. Hu. Verzeih, bitte. da müssen wir durch und hier noch 41 Meter das ist optimal ach das sehe ich auch nicht mehr schade der war es ich habe es ganz genau gesehen alter der Mantel ist schon richtig geil mein Gott stehen alle im Weg die müsste flüchten so schön rein in die Kutsche und wie war die Oper? sehr langweilig ehrlich gesagt sollen wir los dann? ja der Geflied und Bright wie ihr befähigt faszinierend ich habe hier einen Schlüssel und wenn man diesem Buch glauben darf öffnet er die Tore eines Lagerhauses derer die vor uns kamen ah ja die 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 Welt beherrschen zerstörten und verschwanden wissen wir was wir daran vorfinden werden? vielleicht uraltes Wissen vielleicht eine Waffe oder etwas Unbekanntes dessen Aufbau und Verwendung sich uns entzieht all dies könnten wir finden oder gar nichts Sie bleiben mir ein Rätsel diese Vorläufer aber bei einer Sache bin ich mir sicher was immer auch darin warten mag wird uns allen bestimmt ein Segen sein oder so ein Feind als wir es zuerst hätten niemals dafür habt ihr gesorgt ich nehme an ihr wisst wo das Lagerhaus ist ah Mr. Harrison Gentlemen was sagen ihre Berechnungen? der Ort liegt sicher irgendwo in dieser Region das ist ein sehr großes Gebiet verzeiht mir wenn ich genauer sein könnte schon gut für den Anfang wird es reichen und deshalb bestellten wir euch hierher Master Cadwell wir möchten dass ihr nach Amerika reist das Lagerhaus findet und den Inhalt in Besitz nehmt ich stehe zur Verfügung obwohl meine Aufgabe dieser Größenordnung mehr als nur mich erfordern wird natürlich auf diesem Papier sind die Namen von fünf Männern die uns zugeneigt sind sie alle haben besondere Eigenschaften die euch helfen mit diesen Männern wird es euch an nichts fehlen so mache ich mich mal auf den Weg ich wusste ihr würdet uns nicht enttäuschen euch erwartet ein Schiff nach Boston es legt dem Morgengrauen ab das sind wohl die modernen Assassinen ich mache uns zu ehem so mission beendet ja dann würde ich auch diese Folge für beendet erklären ich würde mich sehr über Likes, Kommentare, Abos alles was mir als Feedback dient freuen ich würde sagen bis zum nächsten Mal haut da rein ciao und bis dahin bis zum nächsten Mal ciao Vielen Dank.